Ich denke immer von mir, ich bin eine Lady, aber ich heiße Buganski mit Nachnamen, versteht ihr? Das ist so ein richtig asozialer Nachname, aber alle nennen mich auch so. Buganski. So krass, Lady Buganski, wer ist das? Keine Ahnung, ist so eine Frau, die zum Frühstück Bockwurst isst. Meine Güte. Ja, ihr seht auf jeden Fall sehr vertrauenswürdig aus, ich kann euch was anvertrauen. Ich bin unausgeglichen. Wer kennt's? Ein Mann, okay. Ich bin sehr unausgeglichen und ich versuche ein bisschen daran zu arbeiten. Und letztens hat mir ein Mann so einen Tipp gegeben und meinte so, äh, Buganski, du bist ziemlich aus der Balance, geh doch mal zum Sport. Da habe ich gesagt, halt's Maul. Ich bin, ja, danke schön. Ist halt so geil. Ich bin halt nicht nur unausgeglichen, ich bin auch aggressiv, versteht ihr? Aber ich dachte mir, okay, ich gebe dem Sport mal eine Chance und ich habe mich jetzt angemeldet in einem Fitnessstudio. Für Frauen? Ja, hat einen Vorteil, riecht nicht nach Furz. Ladies, wir wollen doch den Mythos aufrechterhalten, dass wir keinen funktionierenden Stoffwechsel haben, oder? Es riecht nie nach Furz. Bei uns im Fitnessstudio riecht's nur nach Rosen und es ist mega schön eingerichtet. Überall hängen so Motivationssprüche an der Wand. Das holt mich persönlich total ab. Da ist so ein Plakat, da steht drauf, be skinny, be curvy, be beautiful. Ich so, okay, ist schon mal eine krasse Ansage. Ich fühle mich direkt so unter Druck. Aber zum Glück haben die das dann alles durchgestrichen und dann steht da so in schwarzen Buchstaben, be the hell who you are. Ich so, okay, sei wer du bist, aggressiv und aggro. Und unausgeglichen, ich glaube, ich komme ins Gefängnis, lieber nicht. Ja, aber okay, das ist so ein bisschen, ja, ich verstehe den Sinn des Plakats. Aber daneben hängt noch ein Plakat, das ist eine Guide to Laundry. Ja, ich übersetze es mal auf Deutsch, eine Wäscheanleitung. Eine Wäscheanleitung, da sind überall so die Bilder erklärt, was hinten im Etikett drin steht, wo ich auch denke, ja, schön, wollt ihr mich komplett verarschen? Du darfst sein, wer du willst, aber mach die Wäsche ordentlich. Was ist das denn? Richtig krass progressiv, meine Güte. Ich hab mal, ich hab dann so gedacht, ja, in meiner Vorstellung, ich hab mich extra in einem Frauenfitnessstudio angemeldet, nur Frauen, weil ich dachte in meinem Kopf, die Vorstellung, alles super, Stimmung ist mega, alle sind so supportive, ne, you go girl, wir motivieren uns alle gegenseitig, komm ich da an, in der Realität ist die Stimmung gar nicht mal so geil. Ich weiß nicht, woran es liegt, immer ein bisschen angespannt, ja, so, ich hab irgendwie gedacht, warum sind wir so angespannt, vielleicht liegt es ein bisschen an dem ganzen Druck, der auf uns lastet irgendwie, auf den Frauen, so, keine Ahnung, Karriere. Familie, da müssen wir irgendwie Mental Health, alles unter einen Hut, da müssen wir noch am Booty arbeiten, weißt du? Und dann zum krönenden Abschluss ist Merkur auch noch rückläufig. It's a lot, okay? Und dann dachte ich, ich hab einen Vorschlag für die Stimmung, damit die besser wird, wir könnten den Eintritt ins Fitnessstudio so verlinken mit der Perioden-App. Einige mit der PMS, paar mit der Periode, ganz viele mit Eisprung, weil da ist die Stimmung mega. Und dann können auch noch die mit den Wechseljahren rein, weil die schwitzen eh und reißen nur das Fenster auf. Ich hab immer ein bisschen Angst, ich mach jetzt noch keine Kurse, ich hab jetzt erstmal so ein Gerät für mich entdeckt, kennt ihr vielleicht den Stairmaster? Stairmaster, oh mein Gott, auf Deutsch auch für euch Treppenmeister, wer kennt ihn? Ja, also, es ist meine persönliche Hölle, das ist doch total krass, was ist das für ein Gerät? Ich erklär's dir, du guckst so Fragen, Stairmaster ist ein Gerät, was Treppen simuliert, nicht so kleine Treppen, nicht so, solche Dinger, Alter. Und die kommen so ausgerollt und du musst die ganze Zeit so aufpassen, dass du nicht auf die Fresse fliegst. Dann hast du noch so Geländer, kannst dich so abstützen, wenn du nicht mehr kannst und dann gehst du wie so ein Opfer die Treppen da hoch. Die ganze Zeit. Und dann denk ich, er macht die Scheiße doch noch realistischer, stellt mir so links und rechts zwei volle Einkaufstüten hin. Dann kann ich die auch noch tragen, schneid mir so fünf Kinder hinten auf den Rücken. Von hinten noch so ein Typ, der die ganze Zeit ruft, das bisschen Haushalt macht sich von alleine. Rande, schneller da, du hässliche. Keine Ahnung, Random, das ist der Premium-Zuschlag. Ich zahl extra, dass mich von hinten jemand beschimpft, damit ich schneller die Treppen hochgehe. Naja, aber müsst ihr mal ausprobieren. Ich habe auf jeden Fall dann im Fitnessstudio noch entdeckt, es ist natürlich, gibt es da auch einen Saunabereich zur Entspannung. Das gefällt mir, weil da sind alle nackt. Ich habe manchmal das Gefühl, Lady Buganski ist keine Lady, sondern so ein alter, notgeiler Typ, der in mir steckt. Also jetzt gerade nicht. Aber ich habe so Angst, dass ich manchmal in der Sauna so breitbeinig sitze und dann kommt so jemand so rein. So, ah, geile Titten. Ich habe so Angst, dass ich das auf einmal so sage. Dann werde ich rausgeschmissen, aber vielleicht ist die Stimmung dann besser. Man weiß es nicht. Und dann steht in diesem Sauna-Bereich noch so ein Deko-Element, ein Tier. Ein einzelnes Tier aus Stein. Eine Schildkröte. Wo ich so denke, wollen die mich noch mehr verarschen? Die Schildkröte, das ist doch ein Tier, was in Würde altert und niemals am Booty arbeitet. Höchstens am Hals, weißt du? Dann guckt diese Schildkröte mich die ganze Zeit immer so an. Dann denke ich, fuck, Alter, die redet auch mit mir. Dann sagt sie so, Boganski, es ist egal, wie lange du auf dem Stairmaster bist. Du wirst genau so alt und schrumpelig wie ich. Also genieß dein Leben. Sei, wer du bist und mach die Wäsche ordentlich. Dann guckt die Schildkröte nochmal zu mir und sagt, und übrigens, geile Titten.